Also dieses Brett hat jetzt schon ein bisschen mehr Glück, ihr merkt es vielleicht. Mario meint, dass es ein Träger ist. Keine mehr Träger, die Träger wollen, die auch nicht ganz anders. Ja, hat eigentlich nicht viel gebracht. Da brauche ich nur kleine Zahlen. Ich bin gerne gespannt, wer ist der gemein? Das ganze Latt. Sonst kommt da einer genau hin und wird zurückgehen, natürlich. Also ich komme noch weniger vorwärts. Oh, ein Sprengrohr hebt mir nix. Oh, hier ist ein anderer Möhr. Ich will mich auf Mario einverlassen. Und die haben vielleicht einen Lauf gerade. Ach, ich will die Buh. Damit sie mit Reichskern schon hin geht. Ja, 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 ja. Ich bin wirklich schwerer hier. Also der Spieglein hat ihn definitiv mehr gebracht als geschadet. Oh! durch die zahlung gewinnen mario sich echt weiterhin schwarz hier ich darf rupfen das gewinnen wir deutlich die wichtige münze die wir jetzt gewonnen haben ja 1 10 oh werde ich einsetzen ich werde gleich erspringen die bekommen bonbons ohne ende ich glaube ich nehme den falschen weg die 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 Ah, das kann es ja jetzt echt nicht mehr sein hier. Alter, das gibt es echt nicht. Der Rückschrank wird immer größer hier. Kann ich mal mit dem Flappler auch ein Stern spielen? Ey, das ist echt nicht mehr normal, was hier abgeht. Das kann ich gar nicht alleine aufholen. Das ist echt nicht mehr normal, weil es gerade hier abgeht, ganz ehrlich. Die kriegen Bonbons, die sie brauchen, sie würfen die Zeit, die sie brauchen und sie finden den Weg, den sie brauchen. Da kann ich ja machen, was ich will. Die kriegen ja alles. Und dann noch so ein Bonusmini-Spiel. Ich geb dir die Hoffnung auf hier, ey. Diese Spreitung, um noch zu gewinnen. Weil es nicht mehr normal ist. Boah, die haben ein Glück. So ein Glück möchte ich mal im Lotto gerne haben, ey. Das ist doch nicht mehr normal hier, ey. Gammel, süße Schickler, konnte ich machen, was ich wollte. Und hier, ey, da können die machen, was sie wollten, ey. Das ist echt nicht mehr normal hier. So ein Lu honorss zur Zeit. So ein Brechen. Das heißt nicht mehressel ich von mir die AunARE쉽 geworden in Bussch. Auf das war's. Wenn coated sie nicht mehr schreiben, haben sie gek mal damals um Bussch. Ach so, wir sind gerne zur thấy. Und wenn es soねst. so was von deutlich wir brauchen mal ein paar bonbons hier die richtigen spiel und nicht nur die falsche ich brauche kein breite ich brauche kein skyblock kann ich leben Ne, geht nur München. So. Warum nicht immer ein bisschen ärmer werden? So. 20 München für uns. Und eine 5. So was war das? Ein Thundergebug. Ich dachte, ich kann mal ein gutes kaufen. Aber die Sprintbonbon hat ein bisschen zufrieden gegeben. So, die haben natürlich schon wieder Bonbons ohne Ende. Boah, verliegt den da. Den kriegen sie unbedingt. Ich kann ja noch was kaufen. Falk. Endlich mal ein paar kleine Zahlen. Ja, er gibt alles aus. Nur was auf 3-Wall. Schleimlo. Okay. Die Mops-Maschine. Nein. Nein. Den Münzen. Den im Schleim. Hey, keiner. Auf, ab. Das ist das Beste. Das ist das Beste. Gar nichts. Nein. Huuu. Das ist weg. Aus die Maus. Nein. Wer hat denn? Oh, das war natürlich so fest, wenn ich das passieren konnte. Oh, das ist ein Klammer. Ich kann mein Punkt jetzt weg. Woah, das gibt es echt nicht, ey! Das ist doch nicht mehr normal, ey. Was spielen wir denn wenigstens? So, Zeitverschämung. Jetzt fängt man hier diese Bildaussetzer wieder an. So, die Regeln. Ach, kennen wir ja schon. Wir brauchen diese Münzen. Also, ich muss die Minispiele gewinnen. Damit die armen bleiben. Wieder für den Vor-Acht. Äh, für den Nach-Acht. Ich guck schon wieder. Zur falschen Seite hin. Ich hab oben links zu Mario. Da haben wir, Bruder, schnell einen bekommen. Hä? Oh, der Kleine war der Grüne und nicht der Rote Also es kommen hier echt konzentrationsprobleme auf Das ist ja mal gar nicht gut Das ist schon richtig Wir haben gewonnen Oh, guck mal, mein Ben nur geschweige denn Leben, ey